Zurück geschaut und nochmal angesehen unsere HSTV-Flashbacks. Wir zeigen euch, was am wilden Hauptstadtwochenende so über die Mattscheiben flimmerte. Dabei sind eisige Vorboten, gerupfte Adler, starke Nachwuchsruderer und schwimmen bis zum Umfallen. Grenzenloser Jubel bei den Hauptstadtrebellen. Im Derby legten die Charlottenburger ne fette Performance hin und besiegten die Adler Berlin mit 55 zu 7. Ackern für den großen Traum. Nach den Hauptstadtsportlern, die in Rio um Medaillen kämpften, möchten nun zwei weitere Ruderer auf die große internationale Bühne. Wir zeigen euch, wer. Schwimmen, bis der Arzt kommt und das satte 3,5 Kilometer. Beim Mögelseeschwimmen stürzen sich tollkühne Schwimmer in die Wellen des Köpenicker Gewässers. Und Eis-Eis-Baby. Beim Hobo-G-Cup testeten die USC-Eisladies traditionell für die kommende Saison. Der Gegner, kein geringerer als der dänische Meister vom Fidovre Eishockey-Club. Ob Derbysieger, Medaillen, Hoffnung, Schwimmverrückte oder Eisladies, genießt die Hauptstadtsportwelt nochmal. Zurückgeschaut und nochmal angesehen, unsere HSTV-Flashbacks. Untertitelung des ZDF für funk, 2017